willkommen zur nächsten folge kommt und heute gehen wir heute natürlich wieder an die front und kämpfen ein bisschen machen nur einen kurzen angriff so fünf minuten party vielleicht nicht erzählen was ich als nächstes mit dem buch und hier anfangen will was ich hab oh man wie sie heute sind so viel dunkles gott was geht denn alle aus dem klan ruf ich bin übrigens in einem neuen klan ich wurde ausgeschmissen ich muss die geschichte nicht weiter erzählen ich bin ein klan der da heißt übrigens glaube ich in youtube klan weil ich glaube bei mr mobile fernbomber gesehen dass die den klan angesprochen haben das ist nämlich hashtag meister rathaus 8 mr mobile fernbomber meister könnt für alle bis rathaus 8 ich bin jetzt in dem klan weil weil in den stabiler klan ist und ich eben gerne mit leuten spiel die auch mr mobile fernbomber mögen ich finde ihn auch einen netten typen ähm ja heute werde ich es gibt immer sonntag einer folge besucht und dieser folge sechs stunden wieder ist mir auch groß ähm wo ist schon nicht so viel existiert damit könnte jetzt auch in angriff wagen wo ich so viel existiert bekomme dass ich das machen kann nicht klar region australia genau kommt er wirklich aus österreich leider dann muss ich ich glaube ich glaube ich die ganze zeit teilweise ganz ganz netter klaren ist und außerdem die jemals stabil sein werden du wirst die klaren verteilen sind leider ein bisschen zu hoch gestuft worden ich wollte aber die zuschauer rein aber ich weiß nicht wie wir sind da reinkommen ist der andere klan ist der mobile fernbomber mobile fernbomber mobile fernbomber wieso fernbomber diese nachmache kann stunden gibt's sicher auch john 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 was das die return oder hast du nicht herrscht der rückzug oder so wenn die schmutzne mogen heydlo, tim, tessa, nuklea, kobalt, bb, franz, mark, niklas tenes, ronaldo und schlacka, hoden kobalt, den hab ich schon gesehen, den hoden kobalt, das ist der video wo ist denn hier der nette lukasici koko, wo ist denn der mobile fanboy aber nie, hast du geklebt, hast du geklebt, hast du geklebt, hast du geklebt wo ist denn das 14 leute oder was 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 so ich muss nämlich das lager hier bald upgrade weil ihr seht das bald wieder voll ist wenn ich angerufen werde jetzt wie gold aber zu wenig kann man jetzt sagen dann kommen wir doch schön also mit dem krankwürdig der schlägt mit dem king der schlägt und eine dunkle eigentlich auch und zur not nehme ich das rathaus mit gut ich steckte die retunde wenigstens was so leute ich mache diese gleiche ich ende 140.000 geht doch 14.000 geht doch 15.000 geht doch 15.000 geht doch 15.000 geht doch